Hallo zusammen! Ich wünsche euch ein großartiges, ein hervorragendes, ein fantastisches und vor allen Dingen ein gesundes Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses neue Jahrzehnt reingerutscht. Bei mir hat das ganz wunderbar geklappt und jetzt freue ich mich auf die Dinge und auf die Herausforderungen, die da vor mir liegen. Was diesen Kanal betrifft, habe ich mir in den letzten Tagen und Wochen natürlich Gedanken gemacht, denn ihr seid so ein treues und großartiges Publikum, dass das eine schöne Wachstumsgeschichte ist und die möchte ich natürlich auch unterstützen, auch mal jetzt mit neuen Impulsen und neuen Ideen, die teilweise von euch an mich herangetragen wurden, auf die ich teilweise auch selber gekommen bin. Also ein paar Dinge wird es hier neu geben. Erstens mal, ich möchte auch ein wenig Regelkunde machen, das habe ich hier bisher überhaupt noch nicht gemacht, also in den nächsten Monaten wird es dazu sicher ein paar Videos geben. Zweitens, ihr habt euch häufig bei mir gemeldet mit der Bitte, können wir nicht mal irgendwie online ein bisschen Skat spielen. Ich würde ja gern all diesen Wünschen nachkommen, es fehlt aber schlicht ein bisschen die Zeit. Jetzt habe ich die Antwort gefunden. Ich hoffe, dass das gut hinhaut. Ich werde am Samstagabend das erste Mal 21.30 Uhr live Send Skat spielen und ihr seid alle eingeladen, da teilzunehmen. Mal eine halbe Stunde Livestream, mal gucken, ob ich das technisch hinbekomme. Auf jeden Fall ein Versuch wert und wenn das klappt, dann machen wir das jede Woche. Also schreibt es euch mal auf, Samstag 21.30 Uhr Livestream und wer möchte Send Skat mit der Meerjungfrau. Ich denke, beim Send Skat ist noch jeder gerne dabei, um da mal rein zu schnuppern und ja, dann könnt ihr selber sehen, wie ich eure Spiele im Zweifel präsentiere oder wie wir miteinander spielen. Dann als weiterer Punkt, das Rocket ist ja ein schönes Turnierformat. Das habe ich in den letzten zwei Jahren sehr intensiv promotet. Jetzt werde ich das sicher auch weiter tun, aber nicht mehr ganz so ausführlich. Stattdessen möchte ich euch auch noch ein paar andere Formate zeigen, die man auf der Skat-Insel und auf Euroskat spielen kann. Zum Beispiel die 18er Rangliste, ein sehr schönes Format, gerade um in diesen Turniermodus rein zu schnuppern, um einmal zu überprüfen, wie weit ihr mit eurem Skat schon kommen könnt. Und das ist auch ein wunderbares Format, was euch dann zum Mitmachen einlädt. Das sind also so die Dinge im Groben, im Großen, die ich mir vorgenommen habe. Mal schauen, wie das funktioniert. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Kleinigkeiten. Das erste Mal, ihr habt es vielleicht gemerkt, die Eingangsmusik. Ich kann sie nicht mehr hören, ich ertrag es nicht mehr. Also die Mucke habe ich mal weggenommen, genauso wie den entsprechenden Text. Denn wer hier sitzt, das wisst ihr ja inzwischen. Und das muss ich euch dann nicht mehr jedes Mal neu aufs Brot schmieren. Ja, dann noch eine weitere Kleinigkeit. Ihr seht das hier oben. Natürlich könnt ihr mich weiterhin über Patreon unterstützen. Und ich bedanke mich bei allen, die das in den letzten anderthalb Jahren getan haben. Wem aber dieses Abo-Modell vielleicht ein wenig zu viel ist, wenn ich noch ein weiteres Abo sich einhandeln möchte, mich aber trotzdem unterstützen möchte. Auch das geht, zum Beispiel über Paypal. Und da möchte ich mich auch einmal bei denen bedanken, die diesen Weg gewählt haben. Danke an Jonas Link für 50 Euro, an Yvonne Drescher für 20 Euro, an Claudia Hehn für 3 Euro. Ich weiß das sehr zu schätzen und bedanke mich also ganz herzlich. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, ein hervorragendes 2020. Bleibt am Ball, bleibt gesund und wie immer gut platt! Jahre alt sind die wichtigsten. Auch im Weltkirchen-Kampen. H siete Jahre alt sind sie ja bis jetzt schön, grin, gliedet dich zusammenест pro eine Weltkirchenика in kingranchise und bedr envie. A Kernstern habe ich ja so oft mit 4 ReORE этих Aboes entwickeln. 10 Ihr Oktober 2021 ist nur noch deutlich, wenn du sie positiv promotion habt. Louise Ireland besch YoonAKE stolper abholt. Untertitelung des ZDF, 2020